und sommer willkommen zurück zu gas station simulator weiter geht es hier mit der party time dlc letztes mal kurz vor dem ende haben wir doch noch die partyfläche kaufen können sieht ja noch nicht so richtig nice aus vielleicht können wir die ja noch ein bisschen erweitern weil die party steigt dann fast 35 stunden also in real time ist es dann 35 minuten so lange können wir heute nicht warten vielleicht 20 25 minuten und schauen hier sind kürbel das nicht genug produkte im lager okay also achtmal mr burte müssen wir und sechsmal wikinger helm und dann sehen wir auch was wir bekommen wenn wir den kopf füllen 24 likes und hier sind sogar 60 likes also let's go bestellen wir mal ein paar ab vorher noch hier den tank die tanklieferung annehmen kraftstoff und einmal ja waschen geht ja sehr schön keine zwei sekunden sind wir fertig und gehen wir kurz einmal hier auftanken vielleicht können wir noch die party tanzfläche noch erhöhen auf level 2 dann gehen wir mal rein schauen einmal hier rüber ja und 500 dollar für level 2 ein neuer party latsprecher und rauchmaschine jetzt schauen wir mal was wir jetzt bräuchten für die nächsten mal hier mal hier kann man sehen 900 aber hier nicht also vielleicht nur 700 wenn die 4 500 war hier 900 die 150 sollte kein problem sein so dann bestellen können wir jetzt auch nichts wir haben kein geld aber es ist ein weiterer kopf dazu gekommen wir uns das mal anschauen genau ja einmal kreis bei soffeln für 40 likes dem stück kann ich rüber nein und beim nächsten mal machen wir auf jeden fall eine schöne party dann wenn das so schnell geht immer genial ein bisschen geld noch sammeln wir dann bestellen können und dann das party vorbereitet schon mal ja das glaube ich dir die tankestelle wird auch immer so schnell dreckig unglaublich der boden sieht auch nicht so schön aus ne müssen wir mal überlegen einen neuen boden vielleicht zu verlegen so wir bestellen mal ein paar artikel die wir brauchen produkte das war einmal ihr kreis nehmen wir mal ein paar andere sachen auch mit cola natürlich zu teuer das war zeker weil mir mal egal weil wir mal rein und bei helme wie ging ja wenn ich erfüllen hier ein zwei drei vier 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 sechs 18 und 10 15 reichen Nikola und bingel und gegen so gehen nein 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 jetzt habe ich schon ok die bestellung ist noch da in allem ist können wir einmal bestellen wir haben nicht genug geld 100 ok ich muss mir was wegnehmen popcorn wir kriegen ja weniger zehn stück 577 ok wir bestellen einfach nur die sachen die wir brauchen waschanlage in der zeit mal auch mal erhöhen kraftstoff mag ich aber jetzt aktuell alleine das geld für die partyflaschen ja ich sehe dann steht auch etwas schief hier ja Waschanlage ist schon wieder cool, aber erst mal Wagen nehmen. 400 Dollar haben wir schon wieder, aber gut. Ja, aber ich will noch gerne die Tür zu machen. Gut. Und was ist dann auch gleich mal wieder nach oben? Ah, das kleine geht nicht so schnell, aber die große geht nicht so schnell. Jetzt sind drei Spritzaunen fertig. Gut. 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 Schmeckt auch voll. Gut. 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 macht Ja, mit Zigaretta passt alles, Mann. Okay, komm. Noddy zufrieden. Ah, ding. Dann hätten wir jemanden an die Kasse holen. Hm, Kassel. Erstmal, Dings. Müll. Okay, was ist der Sack jetzt? Genial. Okay. Zuck. So ein Partybus wäre auch geil. So, was können wir jetzt noch machen? Wir können sogar auf Level 3 packen. Und da gibt es ein neuer Party-Lautsprecher und Party-Lichter. Oh, nice. Direkt auf Level 3. So muss es sein. Autos knacken. Alles. Autos, die man nicht knacken kann. Ja, ich will noch ein bisschen trinket haben. Na, ne? Ist ein Auto, ne? So. Wow. Oh. Oh. Oh, ne? Fliegt der Wares mal näher wo? Ähm. Ich bin etwas zurück. Okay. Ah. Nice, nice. keine auto zum knacken hier leider kraftstoff die triche 15 stück der auffall auf fehler irgendwie habe ich das spiel zerstört jetzt geht es nicht weiter ich kann auch nicht pause drücken steuerung einschauen nein das stört weil schon so ein fehler war cool kann man nicht mehr beenden ich muss jetzt leider das spiel mal kurz beenden und sehen wir uns am tag 34 ja bei zwei uhr gleich wieder neue sache hat schon ein paar minuten doch von gespeichert das ist zwar gut brauche ich nicht lange warten das tag 34 fast drei stunden bis hier wieder so dann anmalen wollen wir die nicht aber ja auch das ganze geld und so so dann noch fast 21 stunden wir haben es ja noch erhöht sogar genau einmal hier reinpacken zack 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 kann sich aber hier im regal haben dafür auf dann können wir auch wir haben vier stücken ist das reicht nicht ich bin ein bisschen alt ich bin ein bisschen alt ich bin ein bisschen alt Tudu! Tudu! Awesome! Tudu! Große Fläche direkt! Guck! Steht aber auch ein bisschen im Weg hier, ne? Sollte ich das machen, ne? Guck mal! Ist ihm voll egal, Alter! Alles klar und bei dir, ne? Komm! Meine Waren kommen schon! Die paar Flaschen Alkohol! Danke! Dass die Fahrer nie Geduld haben, Alter! Immer gleich am Hupen oder Klingeln, ne? Ui! Interessant, dass hier auch wirklich jetzt Alkohol drauf gezeigt ist, ne? Auf den LKW Party time! Der Partybus ist da! Einmal hier die Tankstelle reinigen, bitte! So, das heißt, wir haben die drei schon fertig, ist nice! Und nochmal hier nochmal Auch toll! Dann kriegen wir 130, 154 Likes einfach mal da zu! Wenn das nicht schon gleich einige prozent mehr dann nimmt Waschanlage ist keiner Ausklacken kann ich keine Ausklacken kann ich keine Die Zeit wird nicht ausgerechnet Sechs Stück noch Hehehe Die vier Rücken hier! Die vier Rücken! Die vier Rücken hier! Die vier Rücken! Jetzt wäre die rover voll! ok kenne ich dich nicht? ey warte mal bleib auch stehen kenne ich dich nicht? hey bist du nicht berühmt? hey bist du nicht auch ein youtuber alter? komm zeig mal ein masker weg hey ihr wollt einfach keine werbung für mich machen okay intersammt ok war ich die anlage dann war es auch schon fast wieder für heute so dann müssen wir keine fast noch 15 stunden abwarten bis die party los geht also in der nächsten nacht ist es dann und dann auch immer natürlich in der nächsten folge seid gespannt und wenn die party dann los geht bin ich herzlich fit zu schauen sagt nur noch ich bin passiv im bleib fit im schild und tschau so 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 so